Wir leben in einer ungemein reichen Gesellschaft. Mit dem jährlichen Wachstum wächst auch der Reichtum. Der Reichtum fällt jedoch nicht nur ungleich an, damit könnte man leben. Um Gleichheit geht es nicht bei der Gerechtigkeit. Der Reichtum fällt in einer Weise an, dass die Gesellschaft in oben und unten auseinanderdriftet. Seit dem Jahr 2000 ist das reale Nettoeinkommen beim reichsten Zehntel um 17% gestiegen, beim ärmsten Zehntel um 18% gesunken. Die Folge ist, in dieser Gesellschaft sind 13% arm, haben weniger als 781 Euro im Monat, alles in allem. Das ist die Armutsgrenze. Weitere 13% gelten nur deshalb nicht als arm, weil sie durch Sozialleistungen, Wohngeld, Kindergeld, über die Armutsgrenze kommen, liegen aber nahe an der Armutsgrenze. Überdies sind es nahezu 3 Millionen Kinder, die unter Bedingungen von Armut aufwachsen. Es will mir wenig sinnvoll erscheinen, diesen Befund dadurch relativieren zu wollen, dass man sagt, Armut sei ein relativer Begriff. Wer alles in allem mit 781 Euro im Monat auskommen muss, ist arm dran. Es ist dieser Befund, der das ausmacht, was wir als Problem der Gerechtigkeit verstehen. Als Soziologe tut man gut daran, den Begriff der Gerechtigkeit der Problemlage verbunden zu halten, wie sie sich mit der Gesellschaft entwickelt hat. Gerechtigkeit, werden wir sagen, sei das Postulat, jedem die Möglichkeit zu bieten, Lebenspraxen, die in der Gesellschaft als bedeutsam und sinnvoll gelten, auch für sich realisieren zu können. Der Begriff lässt sich unschwer konkretisieren. Jede Gesellschaft entwickelt Standards, die zum sinnvollen Leben dazugehören. In unserer Gesellschaft ausreichende Versorgung mit Nahrung, die Nutzung technischer Errungenschaften wie Staubsauger und Waschmaschine, ebenso den Zugang zu kulturellen Errungenschaften wie Fernsehen und Tageszeitungen. Schließlich gehören dazu, kommunikative Möglichkeiten wie die, mit anderen gesellig zusammen sein zu können oder die entfernt lebenden Kinder besuchen zu können. Warum treibt unsere Gesellschaft in oben und unten auseinander, sodass auch tatsächlich 73% der Bevölkerung unserer Gesellschaft sie für eine ungerechte Gesellschaft halten? Die Frage, warum nicht ist, was eigentlich sein soll, soziale Gerechtigkeit, verlangt eine etwas eingehendere soziologische Erörterung der Marktgesellschaft. In der Marktgesellschaft ist das ökonomische System das eigentlich gesellschaftbegründende System. Durch die Ökonomie sind alle mit allem in der Gesellschaft verbunden. Alle müssen auch in das ökonomische System einbezogen sein, denn im ökonomischen System der Arbeit erwerben alle, oder doch so gut wie alle, die Mittel, um leben zu können. Geld. Wenn man die Bedingungen ins Auge fasst, um in dieser Gesellschaft leben zu können, nämlich in das System der Arbeit inkludiert zu sein, ahnt man bereits, dass das nicht gut gehen kann. Denn nicht alle stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, Kranke nicht, Alte nicht und Kinder auch nicht. Doch das ist nicht das Hauptproblem der Gesellschaft. Das besteht darin, dass das ökonomische System in der Geschichte der Marktgesellschaft der letzten 300 Jahre kaum einmal in der Lage war, allen, die Arbeit suchten, auch Arbeit zu verschaffen. Vollbeschäftigung sind Ausnahmezeiten in der Ökonomie. Überdies aber war das ökonomische System zu keiner Zeit in der Lage, alle zu Bedingungen zu inkludieren, einzuschließen also, die den Beschäftigten ein gedeihliches Auskommen gesichert hätten. Zu keiner Zeit haben die Arbeitnehmer für Zeiten der Krankheit und des Alters durch ihren Lohn hinreichend Vorsorge treffen können. Ganz die gleichen Verhältnisse finden wir in der Gegenwart. Neben dem Problem der Arbeitslosigkeit ist das Problem der Niedriglohngruppen eines der Hauptprobleme unserer Gesellschaft. Das ökonomische System operiert nach einer Logik, die Arbeit organisiert, um Gewinn zu machen, Kapital zu akkumulieren. Es inkludiert deshalb nur die in das ökonomische System, deren Inklusion Gewinn verspricht, und es inkludiert alle nur zu Bedingungen, die Gewinn versprechen. Für das Interesse der Subjekte an einer gedeihlichen Versorgung ist in der Logik des ökonomischen Systems kein Platz. Milton Friedman, einer der bedeutendsten Finanzökonomen unserer Zeit, hat das mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. Es gibt, so sagt er, für Unternehmer nur eine einzige Verantwortung. Sie besagt, die verfügbaren Mittel möglichst gewinnbringend einzusetzen. Und es gibt, so hat er hinzugefügt, wenig Entwicklungstendenzen, die so gründlich das Fundament unserer freien Gesellschaft untergraben können, wie die Annahme einer anderen sozialen Verantwortung durch Unternehmer als die für die Aktionäre. Friedman gibt damit exakt wieder, was ich hier als Logik der Operativität des ökonomischen Systems bezeichne. Es ist die Maxime des Interesses am Gewinn ganz unabhängig vom Wohlergehen der Menschen, die bestimmt, wer reinkommt ins ökonomische System und zu welchen Bedingungen jemand reinkommt. Das ist nicht nur so. Das kann nicht anders sein, wenn man das System der Marktwirtschaft nimmt, wie es ist. Doch was folgt daraus? Soziologisch kann eines nicht fraglich sein. Zwischen den Interessen, die im ökonomischen System verfolgt werden, und den Interessen der Subjekte in der Gesellschaft besteht eine Diskrepanz. Beide kommen nicht zur Deckung. Die Last der Diskrepanz tragen die, die nicht in das ökonomische System der Arbeit integriert werden oder nur zu Bedingungen, die ihnen kein Leben zu führen ermöglichen, wie es den Sinnvorgaben der Gesellschaft entspricht. So unausweichlich diese Feststellung ist, so unausweichlich ist dann allerdings auch die Weiterung, die daraus folgt. Wir sind mit dem ökonomischen System der Marktgesellschaft in eine Organisationsfalle der Gesellschaft geraten. In dieser Gesellschaft müssen alle in das ökonomische System integriert werden, um leben zu können, aber alle zu integrieren, sieht sich das ökonomische System nicht in der Lage und schon gar nicht alle zu zureichenden Bedingungen. Das also ist der Grund, der nicht sein lässt, was eigentlich sein soll, Gerechtigkeit. Wenn man die Verhältnisse nimmt, wie sie sind, erledigt sich die Frage, ob wir in der besten aller Gesellschaften leben. Die Vorzüge dieser Gesellschaft sind bekannt. Das ökonomische System hat eine Versorgung mit Gütern und einen Reichtum der Gesellschaft bewirkt, die kein anderes System zu bewirken vermag. Das ist die Sonnenseite des Systems. Damit einher geht die Schattenseite, die entschiedene Ungerechtigkeit gegenüber jenen Menschen, die keine Bedingungen finden, um ein Leben zu führen, das den Sinnvorgaben der Gesellschaft gerecht würde. Es ist ja keine Frage, dass jeder die Verantwortung für sein eigenes Leben hat. Er muss dafür jedoch günstige Bedingungen in der Gesellschaft finden. Das ökonomische System bietet sie aber nicht allen und schon gar nicht zu Bedingungen eines sinnvoll zu führenden Lebens. Das ist das Problem. www.instc.com ... und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.